Ja servus Leute! Ihr seht gerade meine Katze, die da irgendwie gerade, ja, rumirrt und weg ist sie. Und ihr seht meinen wunderschönen Tisch, nicht, der hier total zerkratzt ist, eben durch die Katze mit ihren Krallen, weil sie immer hier wischt und so krück krück macht. Und was mache ich heute? Ich mache heute ein Unpacking-Video, extra nur für euch, ja, ja. Und das möchte ich euch zeigen, was ich mir im Internet bestellt habe und zwar genauer gesagt, BAMS, bei Ebay. Und das möchte ich mit euch gemeinsam aufmachen, weil es einfach nur geil ist, also für mich jedenfalls. Und ich glaube, ich möchte nicht wieder um den heißen Brei reden, sondern, die Katze spinnt gerade, sondern fange auch direkt an. Machen erstmal diese Flügelteile hier weg. Oh Gott, Leute! Schaut euch das mal an hier! Ich mache es auf, hier, ich mache es auf. Oh nein, oh nein, ich weiß, was drin ist, ich habe es ja auch gekauft, Leute. Leute, 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 passt auf, Leute. Oh nein, 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 schaut zu, Leute, schaut doch mal her. Das ist so lustig. Hallo, ja, ein Yoshi. Seht ihr überhaupt so süß, wie der ist? Hallo. Ja, die Katze rastet komplett aus. Tsch Tsch, hallo. Ist das mein neuer Freund? Kein Interesse. Das war klar, dass die Frau jetzt wieder als Hauptperson hier ist. Tsch Tsch, ja. Das ist ein komisches Wesen, ne? Ist wieder kein Spielzeug für dich. Also, wir widmen uns jetzt erstmal diesen süßen Yoshi hier. Schaut ihn euch an, schaut ihn euch an. Oh, ich bin total der Yoshi-Fan, das wischt ihr ja mittlerweile, ne? Ja, und der musste einfach sein. Mit Katze im Mindergrund, yay. Was gibt es da zu sagen? Was hat er überhaupt? Klar, er hat, er ist grün, weiß. Die kriegt sich jetzt gar nicht mehr hier, die Tsch Tsch. Oh, brauchst du Aufmerksamkeit? Wie immer halt. Ja, das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass die dabei ist, egal. Dann hat er natürlich sein, das ist erschrocken. Dann hat er natürlich seine süßen Schülchen, mit denen er immer so ganz schnell laufen tut. Dann hat er natürlich hier hinten seinen, ihr wisst schon, Sattel eigentlich, wo eigentlich der dicke Mario auch immer drauf sitzt. Und natürlich hinten so Dino-mäßig, seine Zacken da. Dann hat er natürlich die süßesten und treuesten Augen der Welt. Oh, und sogar hat er natürlich zwei Nasenlöcher, na fein. Ja, Super Mario, Super Mario. Hallo. Könnt ihr lesen, ne? Könnt ihr nicht, weil es unscharf ist. Ja, wir schauen ihn doch mal euch an. Hallo. Aber Leute, das wollte ich euch zeigen. Der ist jetzt natürlich, ähm, ist natürlich ein Ehrenplatz, ne? Ja, das ist ein richtiges Sammlerstück, klar. Und als Yoshi-Fan, als Yoshina, musste der einfach sein. Dann würde ich sagen, der Yoshi ärgert noch ein bisschen die Katze Chichi, äh, wenn sie nicht zurückärgert. Und das war's dann auch. Biu, biu, wiedersehen, Leute.